Hey Internet und YouTube zurück bei Risen. Ich bin mit Ventura unterwegs und hier ist ein... Nicht kein Truder. Was zum Hackcase hier? Sind wir hier? Das scheint hier sogar richtig zu sein, oder nicht? Ähm, der Bericht des Speers. Ich hab keine Ahnung. Gut, ähm, hab ich gespeichert? Ne, jetzt. Bist du bereit? Ich nicht. Ähm... Ich weiß nicht, wo wir jetzt gerade... Ja, Mr. Saltoman. Mr. Saltoman, ich hab... Au! Daneben. Das ist auch klar. Für mich ist die Pistole völlig wertlos. Ich denke nicht, dass ich hier überhaupt hin sollte, aber gut. Kannst du... Kannst du abkratzen? Kannst du abkratzen? Ich hab gar keinen rum mehr. Oh Mann, ich hab nix mehr zum... Ende. 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 Hallo? Alright. Wunderbar. Ich mein, ich hab ne... Hm. Gut. Excellent. Das war ein guter Beginn. Das ist auch nicht... Wir wollten hier nicht hin, oder, Ventura? Wie schätzt du unsere Lage ein? Je schneller wir handeln, umso eher kommen wir an unser Ziel. Also, hau rein! Ähm... Einen Augenblick. Was ist das jetzt hier? Sebastiano. Ich geh mal zu Sebastiano. Ich weiß nicht, was du machst, wenn du reist mit mir mit. Find ich gut. Bist du mein neuer bester Freund hier? Du bist wesentlich besser als Patty. Vielleicht kann ich so etwas wie Zuneigung für dich... Präsentiert das! Gewehr! Du! Und du das Bericht. Ich bringe dir Venturos Bericht. Und? Was und? Crow ist mit seinen Piraten und vier Kriegern der Molukken im Tempel. Ihr Häuptling ist auch dabei. Der Tempel selbst wird von acht weiteren Kriegern bewacht. Das ist nicht gut. Du traust dir das zu, ja? Gib mir eine Handvoll Männer mit Musketen und ich werde Crow zur Strecke bringen. Gut. Wir werden dich unterstützen. Aber nur unter einer Bedingung. Halte dich fern von den Wilden und ihrem Voodoo. Es ist eine Angelegenheit der Inquisition. Ich soll also für euch arbeiten. Ich erwarte deine Entscheidung. Ich denke darüber nach. Ha. Hawkins. Der Mistkerl ist abgehauen. Und das hat er nicht alleine geschafft. Nein! Er hatte Hilfe. Na sowas. Keine Sorge. Wir werden den Kerl schon finden. Ich habe Alcazar mit der Untersuchung beauftragt. Na dann ist dieser Fall ja schon so gut wie aufgeklärt. Genau. Es ist nur eine Frage der Zeit. Okay. Das bedeutet, darf ich mir jetzt eine Muskete kaufen? Und zwar, die war bei dir, mein Freund. Hallo? Wo ist der Tauge nichts hin? Zeig mir deine Ware. Äh, ne. Okay. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Wunderbar. Fleischpaket. Ach, für den anderen Typen. Alles gut. Fleischmeister. Schmieden. Zeig mir deine Ware. Ich hätte gern was zum anziehen. Allerdings. Ich würde mir jetzt was zum anziehen kaufen. Es beginnt außerdem zu regnen. Verfolgst du mich jetzt überall hin? Logbuch. Hilfe gegen Crow. Okay, ich muss mich jetzt definitiv für ein Lager entscheiden. Das ist nicht gut. Hier kann ich noch ein bisschen Ruhm und so Dreck sammeln. Hier, was kein Mensch braucht. Den Schatz von Jim. Folgeventura. Wo war denn der Schatz? Pfff. Wir brauchen doch nur geradeaus... Keine Ahnung. Ach, warte. Hier raus wieder, oder was? Hier raus über diese Brücke. Gerade hoch nach links. Das dürfte doch kein Problem sein. Alright. Wir holen uns zuerst den Schatz. Und dann überlege ich mir, welches verdammte Lager ich nehmen soll. Hier gibt's Musketos. Dort gibt's Hudo, was ich nicht kann. Warte, wir brauchen eine Trophäe. Den Dingern hier. Komm, machen wir das schnell. Wo bist du? Schieß! Schieß jetzt! Hab ich nicht. Ich hab nur ge... Okay, post. Auf zum Schatz. Oh, Internet. Muss ich mich machen? Muss ich mich anschließen? Bei euch Voodoo? Das hat ja keinen Sinn. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin jetzt bei der Brücke. Ah, okay. Exzellent. Ich bin gleich beim Schatz. Keine Panik. Es kann sich nur noch ums Stumpen halten. Wenn er nicht immer so erschöpft wäre. Hey, ist hier nur Schlechtwetterfraut oder was? Äh. Hier, lad. Komm her. Komm her, Schatz. Schatzi. Schatzi. Oh. Tutan ist mir das Liebste. Oh, ich seh das X. Oh, Halleluja. 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 Komm schon. Es wird schwer. Klick. Ein Smaragd. 75. 400 Gold. 500. Nochmal 75. Und ne verdammte Karaffe. Naja. Ich bin sofort bei dir. Oho. 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 Ich bin der Schatz. Der Schatz ist erledigt. Der rote Wein ist mir wurscht. Da habe ich noch immer nur eine Trophäe ist okay. Kein Problem. Die bestie ist mir auch wurscht. Hilfe gegen Crow. Ich muss mich nur noch entscheiden. Ich muss mich nur noch entscheiden. Und ich baue Tipps von euch, wenn ich nehmen sollte. etwas satt wäre. Bloß. Krieg ich noch Klamotten her? Krieg ich gar keine her? Die hat ja auch nix besseres, die gute Dame von vorne. Außer ein paar Stiefel, die ich mir kaufe. Alright, I need your help, Internet. Wir sehen uns in der nächsten Party, dann geht's gut. Macht's gut. Tschüss.